Jops. Ähm. Hey, dein Gegner! Hat der da Kopf und Metallkopf? Hat mir die Kraft so einen? Ja... Ich denke mal, der ist... ...ein bisschen stärker. Warum gehst du davon aus? Der ist lila. Und der war vorher noch gut Hautfarben. Der ist noch größer. Und der hält definitiv mehr aus. Wow! Und er kann sich teleportieren! Nee, er kann sich teleportieren. Ach, er hält sich vielleicht. Wir haben eine Waffe mit Effekten. Hab ich. Wow! Wenn du zur Tür kommst, dann passt er bestimmt nicht durch. Das war's für dich. Wenn du hier zur Tür kommst, passt er bestimmt nicht durch. Nee, das ist viel zu groß dafür. Ich will. Seh nix. Muss erlernen. Er lacht mich nicht. Er lacht mich nicht. Ah, ist er. Komm, wir hießen zu mir. Mein Leben. Nein, Sir. Gott, dich nicht. Ah, Mami. Kacke. Keine Munition mehr. Erntag. Geschafft. Und dann fliegt mich. Das ist voll auf mich passiert, ey. Ja, ich halte ja auch ein bisschen Abstand. Ich gehe ja nicht kuscheln mit denen. Ich renne sogar dann weg von mir. Wow, jetzt ist er bei mir. Ach, Mami. Du verschwimmst mir den Ausgang. Fuck. Oh, ich kann dich nicht aufheben. Alles gut. Weck los durch. Oh, da kommt es doch hier rein. Fuck. Überleb es, überleb es. Überleb es. Ich lebe noch. Aber der ist hinter mir her. Lächter, ich bin Lächter, ich bin Lächter. Ja, Alter. What? Oh. Ah, Elbis dahinter dir, ja. Ich habe keinen Schild mehr. Ich habe keinen Schild mehr mehr. Ich habe keinen Schild. Es geht nur mit, dass du das hackst. Was da sie wars für genauso適 wildly nennen. Das ist mit der Schild mehr sch져- Vielen Dank.